Du warst immerhin bei Kulturzeit. Ich habe da aber von Kultur nicht viel mitbekommen in der Zeit. Kanntest du die Person selber? Nein, 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 überhaupt nicht. Würdest du dich mit ihr an einen Tisch setzen? Klar. Warum hat sie das, was sie getan hat, getan? Welchen Eindruck musst du vermittelt haben? Und ist das dann einmal noch bösartig passiert? Keine Ahnung, was ich getan habe, wirklich nicht. Ich habe ja, also wie gesagt, wenn es... Ich weiß nicht, wie sie darauf kommt, dass ich rechts, esoterisch oder rechts bin. Ich musste nach dem Interview, was sie auf der Kulturzeit gegeben hat, da musste ich erst mal vier, fünf Begriffe googeln, weil ich überhaupt nicht wusste, über was sie gesprochen hat. Volksbürger oder? Nee, Reichsbürger? Reichsdeutschland oder ASB, ja. Kenne ich alles nicht. Habe ich noch nie was von gehört. Genauso wie die Presse mich immer fragt, wieso ich NPD-Leute auf meine Veranstaltungen zulasse oder sowas. Ich erkenne die nicht. Woher soll ich denn wissen, wie die aussehen? Ich müsste mir jetzt im Internet erst mal alle Parteipolitiker ausdrucken und dann über meine Veranstaltungen gehen und die Gesichter abgleichen. Machen die das auf der Love Parade auch oder auf anderen öffentlichen Veranstaltungen? Wie soll das alles gehen? Also, ja, keine Ahnung. Das kam dann halt auch noch dazu, dass dann irgendwelche rechten Politiker unsere Veranstaltungen besucht haben. Aber auch Linke. Auch Linke, natürlich. Aber das wurde überhaupt nicht thematisiert. Die Medien haben sich halt nur auf die paar Rechten gestürzt, die da gewesen sind. Ich weiß, das war jeder Politiker. Also viele Politiker da.